Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, der 13.07.2018 um 6.35 Uhr. Ich bin seit einer guten Stunde wach, habe wieder 40 Minuten im Bett gelegen und im Internet gesurft. Denke mir so mal, hm, könntest du nicht 20 Minuten draus machen, dann bist du ein bisschen früher am Start. Aber nee, so liege ich da immer und swipe über mein Tablet oder Telefon. Naja, jetzt haben wir es 6.35 Uhr. Ich mache mich gleich auf den Weg ins Büro. Arbeitsbeginn ist dann heute wohl so gegen 7 Uhr. Und im Vergleich zu gestern, wo wir ja zwischen 13 und 18 Grad hatten und Regen und Wolken, wird es heute bis zu 27 Grad. Ich mag diese Temperaturschwankung gar nicht, aber, ja, was will man machen, ne? Kann man sich ja nicht aussuchen. Ich meine, es ist einfach mal doppelt so warm wie gestern. Naja, gucken wir mal. Äh, ja, gestern war ich nicht in der Sneak Preview. Ich könnte eigentlich mal gucken, was in der Sneak kam. Das wäre eigentlich eine Idee, während wir hier aufnehmen. Score 11 ist die Seite dafür. Äh, ja, was gibt es zu erzählen? Ich habe gestern, äh, mit ein paar Leuten, Schrägstrich Max, äh, und Benjamin, und später auch Sparrow, äh, Season 5 von Fortnite angefangen zu spielen. Und wir hatten Spaß, äh, war ganz gut. Benjamin ist ein bisschen, äh, kränklich, glaube ich. Äh, der hat gestern öfter mal den Hals geräuspert und gehustet. Hoffen wir mal nicht, dass er komplett krank wird, sondern dass er es irgendwie mit seinem Zwiebelsaft wegtrinken kann. Äh, Sparrow hat mitgespielt, war auch, äh, nicht so salty wie sonst immer bei Fortnite. Äh, aber irgendwann haben wir auch den 50-vs-50-Modus gespielt und da ging es ja einigermaßen. Und später kam auch noch der Dobster zu der Manu. Voll krass mit dem, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem irgendwas schon mal gespielt habe. Wahrscheinlich PUBG oder so. Ja, äh, ja, und, äh, heute werde ich nach der Arbeit ein bisschen schlafen, glaube ich, weil ich gerade auch noch sehr, sehr müde bin. Und dann werde ich einfach um 15 Uhr nach Hause gehen und von 15 bis 17.30 pennen. Und ab 18 Uhr gibt es dann heute, äh, bei mir zu sehen My Ex-Boyfriend, The Space Tyrant. Äh, mal gucken, wie lange ich das Spiel ertrage. Ich habe gestern nochmal kurz bei YouTube vorbeigeschaut. Und es ist halt ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit einem Gay-Thema. Und, ja, wie gesagt, weiß noch nicht, ob das so meine Welt ist. Wir werden es sehen. Heute Abend wird bestimmt lustig. Äh, ist in 4 zu 3. Das war sehr verwirrend, als ich das letzte Woche mal im OBS, äh, einstellen wollte. Es gibt keinen 16 zu 9 Modus. Man kann es so ein bisschen stretchen auf den Monitor. Aber das sieht dann auch ein bisschen blöd aus. Äh, das heißt, äh, das wird ein anderes Format werden. Nicht 16 zu 9, sondern 4 zu 3. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir in den Chat und meine Fresse dann noch irgendwie ein bisschen mit einbauen. So, äh, in der Sneak kam gestern Sicaro 2. Der erste Teil kam schon im Kino, erinnere ich mich ganz gut. Äh, und gestern kam ein weiterer Crime-Drama-Film. Hä, der geht als Mystery durch? Okay, ist doch eher so ein Rumballer-Mexiko-Ich-schieß-alle-Tot-Film. Hm, naja. Äh, haben wir also nicht unbedingt was verpasst. Ja, und heute Abend, spät am Abend, wird der Stefan wieder da sein. Der war doch jetzt eine Woche zu Hause in Sachsen und, äh, geht heute direkt aus dem Bus, äh, ins Büro und arbeitet dort und kommt dann irgendwann so gegen 11, 12 hier zu Hause an. Und dann werden wir uns unterhalten zum Thema Zusammenwohnen, denn ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt im Vlog schon gesagt habe, in den Streams habe ich es ja hier und da mal angerissen. Ich merke halt, dass mir das zu beengt ist, dass ich zu wenig, äh, Privatsphäre habe und, äh, ja. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, äh, sich da irgendwie anders zu orientieren, umzuorientieren. Äh, mal gucken. Da werde ich euch ein bisschen was erzählen demnächst zu, äh, wie es jetzt weitergeht. Äh, ich freue mich trotzdem, dass er heute Abend wieder da ist und dann quatschen wir mal ein bisschen und dann gucken wir mal, was wir da für eine gemeinsame Lösung finden. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende, besser früher als später. Ich werde heute, denke ich mal, nicht älter, älter, nicht länger als 14, 30, 15 Uhr im Büro bleiben und, äh, wie gesagt, heute ab 18 Uhr, dann mit diesem wunderschönen Spiel, äh, My Ex-Boyfriend's The Space Tyrant. Es gibt auch einen zweiten Teil davon übrigens, den spielen wir dann irgendwann anders. Naja, wir gucken mal. Also, habt eine schöne Zeit, kommt gut durch den Tag und wenn ihr mögt, sehen wir uns heute Abend im Stream und ansonsten morgen beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Tschüss.